Als Frau allein auf der Flucht. Aminata kommt aus Mogadischu, Somalias Hauptstadt, einst Perle Ostafrikas genannt, ist der Hauptschauplatz zermürbender Konflikte. Heftige Kämpfe, erinnert sie sich, haben immer wieder ihre Stadt erschüttert und hunderttausende Menschen in die Flucht getrieben. Die junge Frau kennt, lässt sie ihr bisheriges Leben Revue passieren, nichts als Hunger, Tod und Verderben. Da waren die einander bekriegenden somalischen Warlords, die US-amerikanischen Truppen, die äthiopischen Soldaten und vor allem die radikal-islamische Terrororganisation Al-Shabaab. Immer wieder kam und kommt es zu tödlichen Attacken auch und besonders in der Hauptstadt. Die Opfer sind meist bereits ohnehin von Hunger und Krieg ausgelaugte Bürger. Somalias Zivilbevölkerung, die sich ständig zwischen den verändernden Fronten befindet. Ständig auf der Hut vor Autobomben, Anschlägen und Selbstmordattentaten. 2013 zieht sich sogar die internationale medizinische Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen aus Somalia zurück. Missbrauch und Manipulation humanitärer Hilfe haben sie dazu bewogen, alle Programme zu schließen. Bewaffnete Angriffe gegen Ärzte ohne Grenzen und der Mangel an Sicherheitsgarantien haben die Organisation zu diesem einzigartigen Schritt veranlasst. Aminata zieht sich bei unserem Gespräch in Lampedusa den langen Schleier noch fester ins Gesicht. Nur die großen, dunklen und nun feuchten Augen bleiben sichtbar. Ich bin aus Mogadischu geflohen, nimmt sie dann abrupt den Faden wieder auf. Bei uns herrscht schon so lange Krieg. Meine Eltern sind tot und ich habe niemanden mehr. Ihre Eltern, weiß sie aus deren Erzählungen, waren nach Ausbruch des Krieges vom Dorf in die Hauptstadt geflohen. Dort hofften sie, in Sicherheit zu sein. Doch sie kamen vom Regen in die Traufe, fanden noch mehr Gewalt und noch mehr Hunger vor. Sie sind jung verstorben, sagt Aminata. Zuerst die Mutter, dann der Vater. Der Tag seiner Beerdigung war das schwärzeste in ihrem Leben. Eines Tages beschloss die junge Frau, das Unmögliche zu wagen, aus dem Hexenkessel Mogadischu zu fliehen. Sie wollte nur eins, ein Leben ohne Angst und Schrecken, so wie viele andere auch. Im Herbst 2013 lebten 1,1 Millionen Somalier als Vertriebene im eigenen Land. Eine weitere Million in Kenia, Äthiopien und im Jemen. Als Zufluchtsstätte peilte Aminata ausgerechnet das Land der früheren Kolonialherren an, Italien. Ihre Großeltern, erinnert sie sich, hatten von der italienischen Herrschaft mit Abscheu erzählt. Doch für junge Somalier auf der Flucht vor dem täglichen Terror ist die Apenninen-Halbinsel zum gelobten Land geworden. Aminata floh aus Somalia mit dem Wissen, dass es ein langer Weg sein würde. Die junge Frau hatte kein Geld und musste sich etappenweise durchschlagen. Immer wieder machte sie zwangsweise Halt, um ihren Schleppern den Transport bezahlen zu können. Aminata interessierte sich nicht für Politik, aber um überleben zu können, musste sie sich eine Strategie zurechtlegen. Von anderen Frauen hatte sie von den meist verheerenden Zuständen in den Flüchtlingslagern, im eigenen Land, aber auch in den Nachbarstaaten Kenia und Äthiopien gehört. Frauen und Mädchen wusste sie daher, waren permanent psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt. Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung und niemand wagte es, die eigenen Peiniger anzuzeigen. Die Folge wären nur weitere Misshandlungen gewesen, handelte es sich doch bei den Tätern oft auch um Soldaten der Regierung. Die Frauen wussten also, dass sie sich nirgends sicher fühlen konnten. Aminata wollte es daher alleine schaffen. Die schlanke, hochgewachsene junge Frau hatte nur wenige Habseligkeiten, die packte sie in eine kleine Tasche und machte sich nachts auf den Weg, raus aus der lebensgefährlichen Stadt, hinein in eine ebenso unsichere Zukunft. Aminata schlug sich durch, meist zu Fuß, manchmal wurde sie auch mitgenommen, konnte sich an ein überfülltes Fahrzeug anklammern und so die Distanz zu ihrem Fluchtort schneller vergrößern. Das war mir wichtig, sagt sie. Sie hatte dadurch ein Gefühl von Sicherheit, auch wenn es trügerisch war. Die junge Frau schaffte es zweimal, illegal über eine Staatsgrenze zu kommen. Dann war sie im Sudan. Aminata wusste, dass das schwierigste, weil teuerste Teil ihrer Reise erst vor ihr lag. Sie brauchte Geld für die angestrebte Überfahrt über das Mittelmeer. Neun Monate blieb sie im Sudan, wo sie die einzige Möglichkeit für Frauen in ihrer Lage ergriff. Sie arbeitete in einem Haushalt. Das ist anders als in Europa. Ich war wie eine Sklavin, fügt sie verschämt hinzu und zieht wieder ihren Schleier enger um Kopf und Körper. Wie eine Sexsklavin ergänzt die Übersetzerin, die mir zur Seite steht. Sie hat ein ähnliches Schicksal erlebt. Im Haushalt zu arbeiten, schärft sie mir ein, bedeutet nicht nur viel Arbeit für wenig Geld. Es bedeutet vor allem, dem Hausherrn jederzeit zur Verfügung zu stehen. Frauen sind der Willkür, der Arbeitgeber hilflos ausgeliefert. Mir auch jener der Schlepper. Ich bekam wenig zu essen und wenn die Hausherrin mit meiner Arbeit nicht zufrieden war, gab es Schläge, sagt Aminata. Und das kam oft vor, denn sie war launenhaft und konnte sehr, sehr wütend werden. Als sie etwas Geld zur Seite gelegt hatte, verschwand Aminata. Ihr nächstes Ziel war Tripolis. In Libyen sei es nicht anders gewesen, kommt die Übersetzerin meiner Frage zuvor. Aminata ist nun müde und erschöpft. Das Erinnern reißt Wunden auf, gibt sie mir zu verstehen. Und in Wirklichkeit will sie nur vergessen. Den Terror im eigenen Land, die Gewalt während der Flucht, die furchtbare tagelange Überfahrt auf einem überfüllten Fischerboot. Ich hoffe, jetzt wird alles gut, sagt Aminata fast beschwörend im Auffanglager von Lampedusa für mich und für die anderen afrikanischen Frauen. Aminatas Geschichte habe ich aus dem Buch Auf der Flucht von Karim El-Gahari und Mathilde Schwabe-Neder gelesen. Ich und unser ganzer kleiner Sender wünschen Ihnen frohe Weihnachten. So this is Christmas And what have you done Another year over And you won't just be gone M- stalker Untertitelung des ZDF, 2020